Hey Leute, was geht? Mein Name ist Patrick, ich bin FIFA Coach hier bei der Games Academy und in diesem Tutorial zeige ich euch mal, wie der Player Switch mit dem rechten Stick geht und warum dieser in FIFA 22 so wichtig zum Verteidigen ist. Ja Leute, warum ist es so wichtig mit dem rechten Stick seine Spieler zu wechseln und nicht die ganze Zeit mit L1 zu wechseln? Ja, meine Devise ist es einfach, man kann mit L1 seine Spieler wechseln, aber das sollte man nur benutzen, um sich neu zu justieren, sonst versuchen so viel es geht mit dem rechten Stick zu machen und ich versuche euch jetzt mal so gut wie möglich zu erklären, warum es so wichtig ist mit dem rechten Stick zu wechseln und wie man das am besten übt und dann ingame natürlich auch anwendet. Es ist sehr sehr wichtig, weil wenn ich jetzt dem Gegner den Ball gebe und ihr seht ja, zack, der mit dem grauen Dreieck über den Kopf, wenn ich L1 drücke, kriege ich immer den angewählt, der das graue Dreieck hat und dann kann ich drauf gehen. Manchmal ist es aber viel optimaler, ich denke viele von euch kennen das auch, wenn sie einen ganz anderen Spieler angewählt bekommen und nicht den mit dem grauen Dreieck über dem Kopf und da ist halt wichtig, dass ihr dann mit dem rechten Stick, hier dem rechten Stick, eure Spieler wechselt und das macht ihr dann, wenn der Gegner den Ball hat und ihr in der Defensivphase seid, dann könnt ihr mit dem rechten Stick eure Spieler wechseln. Sprich, wenn ich den rechten Stick nach vorne switche, kriege ich Aguero, wenn ich nochmal nach links switche, wenn ich zurück switche, kriege ich die 6er und das alles mache ich gerade nur mit dem rechten Stick und nicht mit L1. Sprich, wenn der Gegner den Ball hat, ihr könnt wirklich hin und her switchen, wo ihr möchtet. Ihr könnt auch immer schön unten mit der Karte arbeiten, da seht ihr auch, wie schnell man switchen kann, viel schneller als mit L1. Wenn ihr einen Innenverteidiger haben wollt, switche ich nach hinten, wenn ich den 6er wieder haben will, switche ich nach vorne und wenn ich nach außen switche, kriege ich den Linksverteidiger. Und so könnt ihr immer schön wechseln, aber das ist Übungssache, das sieht bei mir jetzt relativ einfach aus, natürlich. Ich habe es auch noch nicht zu 1000% perfektioniert, da muss man wirklich, also wirklich eine absolute Maschine sein. Und ihr könnt mit dem rechten Stick halt viel schneller anwählen, sprich, ihr könnt Pässe viel, viel schneller abfangen, viel besser bewegen. Sprich, ich weiß, okay, der will jetzt hier nach hinten passen, dann ziehe ich meinen Innenverteidiger zum Beispiel raus. Hier, sag, ich switche direkt nach drüben, direkt hierhin und manchmal kriegt ihr das mit L1 gar nicht so schnell hin. Sprich, mit L1 viele Panics switchen dann, immer mit L1 drücken irgendwas rum, bis sie den richtigen Spieler angewählt haben. Aber bevor sie den richtigen Spieler haben, hier zum Beispiel, die switchen dann immer mit L1 und die wollen den Sechster haben, aber jetzt kriege ich den Sechster erst angewählt, nach dreimal switchen beispielsweise. Und mit dem rechten Stick, wenn ihr switcht, kriegt ihr ihn direkt angewählt. Jetzt, sag, ich will meinen rechten Stürmer haben, dann switche ich, zack, habe ihn. Ich switche nach hinten, habe meinen Innenverteidiger und so, so ist halt sehr, sehr wichtig, einfach mit dem rechten Stick zu switchen, immer den Spieler anzuwählen. Das ist ja genauso wie beim Player Lock. Ihr macht einen Player Lock, wie ich es in einem anderen Tutorial erklärt habe und dann switcht ihr immer auf den Spieler, den ihr haben wollt mit dem rechten Stick. Und so ist es auch in der Defense nicht anders. Und ihr einfach, zack, Gegner hat den Ball, Gegner hat jetzt Abstoß und dann könnt ihr immer schön hier hin und her switchen. Und das übt ihr am besten im Einzelspielermodus oder in Squad Battles, dass ihr da wirklich ein Gefühl dafür bekommt. Und arbeitet mit der Karte und switcht mal die ganze Zeit immer zu dem Spieler, den ihr bekommen wollt mit dem rechten Stick. Und nach und nach bekommt ihr dann immer ein besseres Gefühl dafür und dann könnt ihr immer schön switchen. Und manchmal passiert es natürlich mit dem rechten Stick, dass man auch nicht immer den richtigen Spieler erwischt. Dann justiert ihr euch mit L1 neu und switcht dann wieder mit rechts. Und so fängt dann immer schön die Bälle ab und könnt einfach viel, viel besser verteidigen. Ihr werdet merken, umso mehr ihr mit dem rechten Stick switcht, umso besser könnt ihr in Spielsituationen die Bälle abfangen, definitiv. Versucht es einfach in Einzelspielermodus oder in Squad Battles, ist ja auch in Einzelspielermodus, zu üben. Auf dem Schwierigkeitsgrad, der euch tauglich ist, wo ihr euch wohlfühlt, sag ich mal, wo ihr noch ordentlich das üben könnt und es nicht zu schwer wird. Und dann immer weiter steigern und dann auch mal natürlich Ingame anwenden. Immer schön mit dem rechten Stick wechseln, so viel es geht. Versucht euch L1 abzugewöhnen und mit L1 nur die Spieler zu wechseln, wenn ihr wirklich, das passiert auch den Besten. So manchmal justiert sich das Spiel einfach falsch und ihr habt irgendwen komplett anderes angewählt bekommen. Dann drückt ihr einmal L1, dann kriegt ihr mal eine gute Ausgangsposition und dann wechselt ihr wieder mit dem rechten Stick. Ja Leute, und so funktioniert der Player Switch mit dem rechten Stick. Versucht es euch wirklich in den Einzelspielerpartien anzueignen. Am Anfang wird es euch bestimmt auch online, wenn ihr es dann langsam probiert, auch online zu versuchen, ein bisschen schwer fallen. Aber ihr werdet sehen, umso mehr ihr das trainiert und umso mehr ihr das macht, wird euch das Verteidigen einfacher fallen. Und ihr könnt eure Spieler viel, viel präziser in der Defensive anwählen. Und sobald ihr das mal einigermaßen gemeistert habt, werdet ihr sehen, ihr werdet viel, viel weniger Tore kassieren und könnt eure Spieler viel besser anwählen und viel besser verteidigen.